Was geht ab meine Z-Fighter, Osir hier und heute schauen wir uns alle Informationen zum Extreme-Z-Battle des Familien-Kamera-Trios an. Was ihr da wissen müsst, by the way, aber ganz kurz, wenn ihr das Video anseht, dann ist das Extreme-Z-Battle selbst schon online, also ihr könnt es euch schon machen. Ich selbst rede das Video am Tag davor, heißt, wir schauen uns alle Informationen schon mal an, denn wir wissen ja quasi, was uns erwartet. Ich werde euch ja mit den Informationen informieren, die ihr da braucht, auf jeden Fall für das Extreme-Z-Battle, das machen wir im heutigen Video. Aber, wenn ihr das Ganze schon anschaut, dann ist das Extreme-Z-Battle schon online, heißt, ihr könnt das machen. Wir werden auch das Extreme-Z-Battle gemeinsam machen, nämlich im heutigen Stream. Im Stream-Plan steht es da spontan dran Dienstag, aber eben, deswegen gibt es diese spontanen Streams. Das Extreme-Z-Battle ist, wie gesagt, mit dem Video hier online und das werden wir auch heute angehen im Stream. Nur die genaue Uhrzeit kann ich euch noch nicht nennen, haltet da auf jeden Fall ein Auge offen. Ich denke aber, so nachmittags gehen, abends, so zwischen 17 und 20 Uhr, werden wir da online gehen, haltet wie gesagt da ein Auge offen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im Stream. Zum Extreme-Z-Battle selbst. Jetzt gleich gibt es alle Informationen noch, beziehungsweise bevor wir mit den Informationen anfangen, ganz kurz zwei Sachen. Nämlich zum Uigoku-Doken und auch für Global. Das Ganze kommen wir mit dem Banner, mit dem Story, mit dem Awakening, mit dem Keflat, etc., etc. Da gibt es ein bisschen schon mehr Infos, ein bisschen mehr Leaks aus dem Server. Test, sage ich mal, es hat mir noch immer kein Data-Download. Aber es ist quasi, es sieht wirklich so aus, dass es kommen sollte. Es ist, wie auch sonst mit dem Leak, nicht zu 100% sicher. Die Zeiten können sich ändern, aber spätestens dann am Freitagsabzahlung nachts sollten wir mehr wissen, wenn die Informationen zu Celebration kommen. Bis dahin geduldigt euch auf jeden Fall noch ein wenig. Aber es sieht tatsächlich so aus. Also es sind ein bisschen gute Dinge, dass das Ganze als nächstes kommt. Und Uigoku-Doken, ihr werdet nämlich nix, eure 15. schenke ich 16. Mai. Wie gesagt, die Zeiten können sich ändern. Ab Freitag wissen wir mehr. Und zweite Sache, Dragon Ball Legends ist schon gestartet mit einem Soft-Launch, sowohl in Österreich als auch in Niederlanden und anscheinend in manchen Regionen Deutschlands. Also in meiner Region, Baden-Württemberg, nicht. Ich kann das nicht runterladen, außer Apps oder Android. Ihr müsst euch mal gucken und euch gegenseitig in den Kommentaren am besten helfen, wo ihr das, in welcher Region ihr seid, wo ihr das runterladen könnt. Zwei kurze Sachen, auf Android könnt ihr euch das Ganze runterladen. Ich werde ein Video von D3 in die Beschreibung setzen. Der hat das Ganze gezeigt, wie man das über den VPN für Android runterlädt. Über iOS müsst ihr das Ganze so machen, ähnlich wie im Japanischen Docker-Battle. Ihr müsst euch eine österreichische, wow, österreichische Apple-ID erstellen und das Game aus dem österreichischen, anyways, App Store herunterladen. Dann könnt ihr das Game auch spielen. Soviel zu den beiden Sachen. Let's machen wir weiter mit den News. Und zwar, es ist wirklich eine kleine Mini-Celebration, aber die Celebration hat es in sich. Denn mit dem Extreme-Ce-Battle wird auch unter anderem Goku Day gefeiert. Goku Day ist am 9. Mai, wenn mich alles täuscht. Und da fliegen die Stones. Da fliegen die Stones. Über diese drei Tage bekommt man, am besten, wenn ihr das Video anseht, lockt euch ein. Ab 17 Uhr bekommt ihr dann nächsten Stones, beziehungsweise 21 Uhr. Das sehen wir dann. Ne, ab 17 Uhr ist das der Fall. Also ab 17 Uhr zum Tageswechsel in JP. bekommen wir über die drei Tage insgesamt 42 Stones. 42 Stones. Über drei Tage. GG Goku Day, GG Japan. Da kommen natürlich noch weitere andere Sachen dazu. Ihr seht es hier schon. Hier ein bisschen kleinen Annons. Schön lieb für den Goku Day. Mit Kid Gohan, Kid Goten und Goku selbst. Nämlich, das Geile ist auch, nicht nur das Extreme-Ce-Battle kommt, sondern wir bekommen auch die Charaktere Free-to-Play. Was? Richtig. Denn diese Tickets hier, diese Tickets bekommt ihr, an denen das Video online geht, Dienstag, 10 Uhr morgens. Ab dann sind sie online im Japan-Stucker-Ce-Battle. Wir bekommen, also das sind keine Tickets, das ist eine Währung im Barbershop. Wir bekommen, ich sende sie mal so, keine Ahnung, Schriftrollen. Drei Stück bekommen wir und mit diesen drei Schriftrollen bekommen wir die, beziehungsweise können wir die aus dem Barbershop, das Familien-Kamera-Trio, Honen, Super Saiyan, Goku, Gohan und Goten. Manche werden das, ähm, vom Global-Druck, Battle kennen, dann müssen wir das über den Pilar-Strophe kaufen, diese Schriftrollen, und konnten dann die Charaktere holen. In JP ist es total Free-to-Play. Free-to-Play, GG ist in JP, die Annonce, so wie auch bei mir, die japanischen Luka-Battle. Heißt, finde ich sehr, sehr cool. Nicht nur, dass sie in Extrem-Z-Battle kommen, die älteren Units, vor allem das Trio, sondern wir bekommen sie auch komplett Free-to-Play. Haltet da ein Auge auf dem Barbershop und holt euch die Schriftrollen zum Login und natürlich die Charaktere dann. Genau, die Zahn-Fundations haben wir besprochen über die drei Tage. Dann natürlich kommt das Extreme-Z-Battle selbst, was ihr hier jetzt seht. Und zwar wird das Ganze online sein, Dienstag, 10 Uhr morgens, wenn ihr das Video anseht. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal viel Glück beim Extreme-Z-Battle, wie das Ganze laufen wird. Müssen wir sehen. Sehen wir dann im Stream. Schaltet ein, wenn ihr es verpassen wollt. Aktiviert die Abo-Glocke auf jeden Fall, damit ihr da genau wisst, wann ich online gehe. Ein Banner wird noch kommen, da werden bestimmt die drei Charaktere sein, so ein Extreme-Z-Banner oder es wird quasi ein Neben-Banner, wo auch die LL-Charaktere sein werden, drinnen sein werden können, bla bla bla. Müssen wir dann gucken. Eigentlich sollte das auch ein Extreme-Z-Fast-Banner sein, so wie von Broly, von dreifachen Gokus oder so fort. Also eigentlich, da sollte eigentlich keine LL drin sein. Hier steht auch ein Z dran. Falls es doch kein Extreme-Z-Banner wird, das sehen wir dann, dann sollten da eigentlich LL drin sein. Anyways, und ja, die Schriftrolle, wie gesagt, könnt ihr euch die Schriftrollen holen und dann aus dem Barbershop die Dudes euch holen. Genau, das war es eigentlich schon im Prinzip zu den ganzen Informationen. Das war nur zu der Umfrage in Japan, in der Japanischen Lokalbet lief ja eine Umfrage, wie wir das Game verbessern wollten. Natürlich konnten da quasi Japaner dran teilnehmen und die, die japanisch wussten. Anyways, es wurde das quasi beendet. Die Umfrage geht durch, die wird quasi analysiert und mal schauen, was da rauskommt. Ich hoffe, ein bestes Friends-System, PvP, etc., etc., je nachdem, was die Jungs sich da gewünscht haben. Drei Jengsons gab es dafür, heißt, wenn ihr euch einmal einloggt, könnt ihr euch das Ganze abstorben. Ich hoffe, euch das Ganze hat euch gefallen. Die Informationen konnten helfen. Wie gesagt, schaltet im Stream heute dann ein, damit ihr nicht verpasst. Drückt auf den Like-Button. Like-Button nicht unbedingt, aber wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt auf den Abo-Button und vor allem aktiviert die Abo-Glocke, dann seht ihr mich im Prinzip, wenn ich online gehe. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Xtreme-Vetal. Habt eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Peace.